Nein! Junge, da wurden wir One-Hit abgestaubt! Ich hoffe, der stirbt jetzt. Ah! Der hackt! Junge, ohne Witz, der hat gehackt. Können wir eine neue Runde? Als würde ich robben, Junge. Junge, ich schick dir die Aufnahme. Wenn du mir nicht glaubst. Hey Leute, willkommen zu deiner Runde. Kill Duell mit Lukas aka Lupo. Und ich zeig euch jetzt, wie man gewinnt. Auf jeden Fall. Geht's darum, falls ihr die anderen Videos noch nicht gesehen habt, so viele Kills wie möglich zu machen. Pro Kill bekommt man 1 Punkt und pro Rundensieg 2 Punkte. Tadaa! Und, ja, ich glaube, ich werde diesmal verlieren, aber egal. Und ich werde abgestaubt. Geil. Das ist okay. Ah! Nämlich, ich werde echt abgestaubt, ne? Ich werde jetzt abgestaubt. Oh mein Gott. Warum bin ich so kacke? Ja, warum? Hä? Hä? Ja, schneide ich raus, Alter. Ich war gerade mal so... Oh mein Gott. Wurde mir 1-Hit abgestaubt? Warum? Sarah, ich habe die beste Runde meines Lebens und du nimmst diese Runde nicht. Doch. Muss ich ja. Perfekt. Cool. Einen Punkt und du auch? Danke. Ich habe 2 Kills. Doch, super. Ich habe so mein Leben. Warum bin ich so gut heute? Ja, mach doch mal was. Ja, wo sind die Gegner? Hier. Ja, also vor dir? Hallo? Ja, attacke, attacke. Ja, super. Jetzt abstaubt. Du warst mit dir die Besten. Ach, super. 3 Kills. Locker. Du kriegst jetzt die ganzen Dolly-Spieler ohne Witz. Ja, guck die doch mal an. Ich habe sogar eine Rod jetzt, Sarah. Wäre ich da gewesen, die wären zu dritt auf mich draufgegangen. Und du bist da so und die lassen dich da so Friede, Freude, Eier kuchen. Ja, super. Der nächste Kill. Cool, cool, cool. Super. Ich kann ruhig sterben. Oh, cool. Wartet, Alter. Junge, was ist dein Problem? Gut machst du das, gut. Weiter so, Z-Zug. Ich bitte. Wie viele Herzen hast du? Wie viele Herzen hast du? Wie viele Herzen hast du? Ja. Ja. Nein. Geht doch auf ihn. Oh mein Gott, warum? Hä, sind die scheiße? Wie viele Herzen hast du? Zweieinhalb. Ja, moin. Ja. 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 Ja, das ist klar. Ja, Leute. Wir haben das auch in der zweiten Runde. Und ja, es steht gerade ähm, 4-1. Und wir holen uns jetzt den ersten Kill. Okay, hier doch nicht. Ich will, hier gewann gehen. Ah, auf mich! Alter. Wieso, wie es auch anlegt? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ein Kill. Ja, wahrscheinlich hat er gesheetet. Wird sich nur krasser dastehen lassen. Ein Kill. Ein Kill. Z-Kill. Drei. Drei Kill. Drei Kill. Drei Kill. Drei Kill. Und Sarah, wie sieht es jetzt aus? Drei Kill. Fünf Kill. Drei Kill. Drei Kill. Ich fühle gerade Alter. Sarah ist zurück, Leute. Guck so. Seitdem ich gerade die ganze Zeit scheiße war. Also mir sind hier irgendwie angeln aus oder so. Wie lebst du noch? Hö, ich dachte du wärst schon tot. Hä? Nein, Mann. Ich bin noch gut. Dann muss ich dich töten. Oh mein Gott. Wie viele Kills hast du schon? Sechs. Und du? Was? Ich habe gerade die größten Dullis einfach. Oh mein Gott, ich bin gerade so glücklich. Wie viele Kills hast du? Hallo? Warte. Zwei. Oh. Oh. Ich dachte gerade, du hättest überlegt. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Ja! Alter, so unverdient. Neun Punkte einfach. So unverdient. Ja. Wie viele Kills? Was hattest du jetzt? Sieben. Alles klar. Und da sind wir in der nächsten Runde. Es steht zehn zu sechs. Und ja, das ist die runde Runde. Und das ist die entscheidende Runde. Und zeig, wer der beste Minecraft da ist. Top. Ey, nee. Das zählt so fett nicht. Doch, das zählt. Zwei Kills. Kann losgehen. Oh mein Gott. Okay, ich habe einen Kill. Kill-Duell zerstört Freundschaften, meine Freunde. Komm, da holen wir uns den noch. Gut, der hat gar keinen Bock zu kämpfen. So, wenn ich den so arrangiert, dass er sich da hinstellen soll, nichts machen soll. Okay, der hat mir zu gute Sachen. Da entfernen wir uns doch mal direkt von. Und, ach ja, für die Leute, die sich gefragt haben, ob man seinen Gegner töten kann, kann man theoretisch. Wäre uncool, wenn man es direkt am Anfang machen könnte. Ja, also in der Runde, äh, ist eigentlich relativ schmucke. Drei Kills. Cool. Ich habe eine Rob, Sarah. Au. Bam. Bam. Ich habe drei Kills. Sarah. Lukas. Ich habe Angst, ich habe keine Chance gegen dich. Guck dir meine Sachen an, Alter. Weißt du, was schön wäre? Hätte hier zwei Le. Ja, viel Kills, Sarah. Tschüss. Mein Telefon vibriert. Ich clean dich jetzt, Sarah, pass auf. Immer unterdrückt. Bin hinter dir. Mein Kill. Ah. Gopyle. Ja. Jürgen, wie viel hat er bitte ausgehalten? So, dann geh mal weg, Jens. You sandwiched mich, you missed Geburt. Nein. Jürgen, wir waren einfach zu gierig. Das war so verdient, dass wir beide gestorben sind. Wie viele Herzen, äh, wie viele Kills. Herzen, ich hatte zehn Herzen. Wie viele Kills hast du. Auf jeden Fall, Leute, war es mit der Runde. Und zwar ging es 14 zu 10 aus. Ich habe wieder gewonnen. Easy. Das gibt eine Revanche auf Timon, ja. Ja, auf jeden Fall, schaut bei Lukas vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Es ist gut. Prices are worthless. Realise every single one on this earth is rich when you have something that they can't purchase. Speaking for the people who ain't even got a voice. I know it feels sometimes you ain't got a choice. Yeah.